Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Als allererstes in Launza, heute um 15 Uhr werden wir Duriel Raids machen. Ich hoffe, dass heute die Tauschfunktion wieder funktioniert. Die wurde ja aktuell deaktiviert, weil dort wieder ein Exploit möglich war, um Items zu duplizieren. Ich denke mal, da wird der ein oder andere versucht haben oder es sogar geschafft haben, Eier und Scherben und so weiter für Duriel zu duplizieren. Oder irgendwas mit dem Eternel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es aktuell deaktiviert. Ich hoffe, dass das heute gegen 15 Uhr wieder aktiviert ist, damit wir Duriel machen können, so wie wir es geplant haben. Ich habe auch schon einiges geformt, man sieht es hier. 1, 2, 1, 20 Eier sind wieder am Start und 12 Scherben. Da kommt noch einiges dazu. Und es bleibt dabei, bei Ende ist natürlich ein Ei bzw. eine Scherbe, je nachdem, was wir brauchen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob 925 Gegenstandsmacht noch was wert ist, ganz plakativ gesagt. Weil in der letzten Season und auch schon davor war es sehr, sehr krass, ein richtig hohes Gegenstandsmacht-Item zu haben. Also 820er Waffen überhaupt zu bekommen mit sehr guten Afixen war wirklich richtig, richtig schwer. Ich kann gleich mal auf meinen Eternal-Character gehen. Da seht ihr das. Ich glaube, ich habe auf keinem Eternal-Character, die alle auf Level 100 oder gegen 100 sind, eine 820er Gegenstandsmacht-Waffe, was ja das höchste ist. Und jetzt wird man zugeschmissen mit 925 Gegenstandsmacht. Ich habe allein auf der Bank drei verschiedene Stäbe, die ich mir angucken kann, die alle 925 Gegenstandsmacht haben. Und das liegt einfach daran, dass Duriel, der der End-End-Boss ist und die erhöhte Chance hat auf einen Unique. Übrigens, ich habe einen Unique gefunden, für alle, die es noch nicht wissen. Der Lou hat sein erstes Unique bekommen bei Duriel. Ich hoffe, da wird noch ein weiteres folgen heute. Aber Duriel lässt komplett grundsätzlich 925 Gegenstandsmacht-Items fallen. Das gilt nicht nur für die Waffen, das gilt für die Hände, für die Schuhe, für alle, für Ringe, für alles gilt das. Und die Afixe sind dementsprechend auch alle High-Roll, nicht Max-Roll. Also ich habe hier zwar beim Uber-Unique übeln Lack gehabt, dass alles Max-Roll ist. Ich weiß aber nicht, ob das grundsätzlich der Fall ist. Das kann ich euch nicht sagen, weil man sieht auch unten im Aspekt, da steht, ist es ein Min-Roll. Deswegen nagelt mich nicht darauf fest, ob auch die Afixe Max sind. Aber man sieht ja schon hier auf der Waffe, da sind sie halt nicht Max. Aber 925 Gegenstandsmacht, das ist halt ein extremer Unterschied zu damals, wo man richtig drauf hingesuchtet hatte, 820 Gegenstandsmacht zu bekommen. Und jetzt wird man damit zugekleistert. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das finden soll, weil es nichts mehr Besonderes ist, 925 Gegenstandsmacht auf ein Item zu haben. Einerseits ist das natürlich cool, um sein Build zu bauen. Wir hatten ja das, wir hatten extreme Probleme damals, vor Season, ich sage schon damals, das ist gerade eine Woche her, aber es war extrem problematisch, überhaupt vermachte Items zu finden, dann mit hohen Gegenstandsmacht und dann auch noch die richtigen Afixe drauf zu haben. Das ist jetzt viel einfacher, weil ihr A in Weltstufe 4 sowieso nur noch vermachte Items findet und ab Level 100 sind die auch mindestens bei 820 Gegenstandsmacht. Und wenn ihr wirklich Duriel farmt, so wie ich das mache, dann kriegt ihr bei jedem Duriel-Fight 8 Items mit 925 Gegenstandsmacht. Und das finde ich zumindestens mal interessant. Ich weiß noch, ich kann es noch nicht richtig einordnen, ob ich das gut finde oder schlecht finde, weil es den ganzen Aspekt von dem Farming auf 925 Gegenstandsmacht-Items komplett unnötig macht. Ihr macht ein paar Mal Duriel, zugegeben Duriel überhaupt zu besiegen und die Items dazu zu bekommen, das dauert ein bisschen, dauert nicht unendlich lang, also 2 Scherben und 2 Eier, die könnt ihr easy mal ein paar Stunden bekommen. Eine Höllenflut habt ihr 2 Scherben und 2 Eier, kriegt ihr, wenn ihr 3-4 Mal grausige Gaben abgegeben habt beim flüsternen Baum. Und dann packt ihr Duriel, auf Level 100 ist Duriel auch wirklich gar nicht mehr so schwer, ich packe den jetzt easy, also es ist gar kein Vergleich mehr zu meinem ersten Versuch gegen Duriel. Und dann kriegt ihr 925 Gegenstandsmacht-Items. Also es ist auf jeden Fall nichts mehr Besonderes, so hohe Item-Klassen zu haben. Frage ist dann auch, was bringt überhaupt noch die Händler, wo ich ja schon mal ein Video gemacht habe, dass Händler völlig unterschätzt sind. Was bringen noch Quest-Gegenstände, saisonale Quest-Gegenstände, wie hier diese Boxen. Alles wird total unnötig, weil ihr zugeschmissen werdet mit 925 Gegenstandsmacht-Items und man eigentlich gar nicht mehr danach suchen muss. Ihr müsst keine hohen Nightmare-Dungeons laufen. Das hatte ich ja vorher gedacht, dass man mit hohen Nightmare-Dungeons, mit 153er Nightmare-Dungeons, also 100er Stufe, 100er Tieren Nightmare-Dungeons, sich somit 925 Gegenstandsmacht holen kann. Aber es ist ultra, ultra schwer. Und ein 100er Nightmare-Dungeons, das wird jeder wissen, der denn schon mal gelaufen ist, ist viel schwieriger als Duriel. Deswegen die Frage, ob das Ganze so gut ist. Und da würde mich extrem eure Meinung interessieren, Leute. Wie seht ihr das? Ist das gut, dass Duriel komplett nur 925 Gegenstandsmacht fallen lässt? Ist er vielleicht ein bisschen zu leicht dafür, dass er solche Items fallen lässt? Müsste er vielleicht ein paar Level höher sein? Müsste er vielleicht so viel Leben haben wie ein Weltenboss? Viele Fragen. Ich weiß es aktuell ehrlich gesagt nicht. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz auf einen Eternal-Character gehen, damit wir genau sehen, wie das damals war. Jetzt zum Beispiel ein 100er, ewiger. Ich glaube, den habe ich sogar in der Season gebaut, in Season 1. Das ist mein Season 1-Druide. Und da bin ich gespannt. Da dürfte ich eigentlich keine 820er Gegenstandsmachtwaffe haben. Und auf dem habe ich bestimmt 100 Stunden gespielt oder so. Und wenn wir hier schauen, da habe ich eine unterirdische Pullover, eine Axt. Und die hat 817 Gegenstandsmacht. Also schon eine richtig gute. Die Afixe sind nicht so gut. Und hier habe ich gerade mal 774. Und hier ist nichts, was auch nur annähernd 820 Gegenstandsmacht hat. Also auf der Rüstung ist ja nicht allzu wichtig. Das erhöht halt nur die Rüstung. Aber auf der Waffe halt. Und selbst auf meinem Druiden von Season 1, den ich Monate gespielt habe, habe ich keine 820 Gegenstandsmachtwaffe. Und ich müsste jetzt einmal Duriel machen. Sagen wir zweimal. Und ich wäre mir sicher, ich könnte sofort hier eine andere Waffe reinpacken, die sofort maximale Gegenstandsmacht hat. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Übrigens schon mal kleiner Announcer, auch für alle Leute, die aktuell überlegen, Mage zu spielen. Kugelblitzmagier ist aktuell das Nonplusultra in Diablo 4. Da wird in zwei Tagen, ich bin gerade dabei, den Magier zu leveln, ein Video zum Kugelblitzmagier kommen. Natürlich ein wenig angepasst, weil es gibt ein paar Sachen, die in den Meta-Bilds nicht drin sind, die ich aber reinpacken werde. Seid da auf jeden Fall gespannt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich für immer über ein Like auf dem Video freuen. Und schreibt mir bitte eure Meinung zu den 925 Machtitems rein, wie ihr das findet. Findet ihr das gut? Findet ihr das bedenklich? Wisst ihr auch noch nicht so ganz, wie ihr das finden soll? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.